Wuhuuu Dommepl meldet sich zum Dienst und es geht weiter mit Avatar Der Herr der Elemente So Wuhuuu Ahja Wir sind jetzt in dem abgefickten Ding hier wo wir gucken müssen was hier vorbeikommt Ich schieb das Ding bisschen weiter vor denn ich glaub ja ganz einfach ne also Wasser ausgleichen Oh und jetzt Machen wir den hier ne und dann machen wir einfach also wir schieben die andere Seite Legen das schon mal schön hier drauf mit Schmackes ne Oh Jetzt Wow geil Ich hol Wasser raus Mitten vom Ah Ich hab eine Sache überhaupt nicht bedarf Sollte ich erstmal auf die andere Seite gehen Hehehe Hehehe Hm Hm Ok 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 Problem gelöst Ah das ist eine Aufgabe für Das ist eine Sache Sehr gut Ich hab eine Sache Ich hab eine Sache Ich hab eine Sache Haaa Oder einfach so Warte ist... Wow Falsche Taste getötet Das muss irgendwie... So gehen Jetzt mich verscheißern hier Aha Oh Jung Mach mal so wie ich will Ja Geht doch Ah dann denke ich Mach ich dich einfach so Müsste doch eigentlich kla... Müsste doch eigentlich klappen Ah gut Warum es dich so schwer machen wenn es doch so einfach ist Ja ne Das denkt euch die ganze Zeit bestimmt bei mir Naja aber was wäre ich ohne meine Fehler So Okay Wir gehen jetzt einfach hier lang Wie Waaaa 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 Ah ich hab schon eine Idee Locken wir den hier drauf Komm Bleib da Bleib da Bleib da Bleib da Bleib da Ach gut Aber ich bin zum Glück Direkt da drauf gekommen wie man den besiegen muss Ja Glück gehabt ne Ähm A little A little Gib mal Heilung Schätzchen Schwimm verbundet Danke Okay Okay Oh Nimm wir Suck Na ja Ich bin da lang Woh 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 Bãmsen wir dich weg alle drei zusammen gehen wir runter ich liebe dieses spiel ich finde das so übelst geil so das ist was für dich Schätzchen oh lass mich schreien es kommt Gegner für dich finde ich cool was mache ich denn mit dem ich weiß aber wie man ihn besiegt so entsauge ihm alle ja ich glaube der ist platt ne ich habe ihm seine wasserquelle entworckt und jetzt ist er leute da ist nichts mehr dann gehen wir jetzt zu Katara indem wir uns verbinden und nach oben aber bis jetzt ist es ganz cool wir sind in der Stadt ich denke ja kämpfen ach das ist wieder wir sind besser als früher jetzt haben wir keine Angst mehr vor euch weggeband oh da kommt noch einer ey keiner schlägt uns zusammen aber wir haben einen großen Vorteil wir können uns heilen jetzt sterben wir also nicht mehr so schnell du kleiner Mist Ficker er ist meine Keule ah ne mein Stab wow nicht wieder der ey warte der war mit du 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 Oh ey, endlich wieder Action Leute, das ist cool für euch, ne? Alle mal weg Baby, hier, voll in die Fresse der Bewichser! Nein, ich fluche nicht. Es war nur Spaß. Das ist ein komisches Geräusch. Ach, fast scheiße. Oh, lass mich warten. Nein, nicht alles abkriegen. Perfekt. Ich habe ausgelöst. Oh, ich komme wieder zurück, ey. Diese dämlichen Spasten. Aber, das war ja gar nicht so schwer. Und ich habe mich auch nur dreimal, glaube ich, treffen lassen. So, heilen wir uns. Und gehen wir nach oben. Ja, nach oben. Schatz. Ja, jetzt pscht, ne? Oh, da ist so eine Kiste. Ja, Hammer. Brauchen wir auch so. Heilung. Wird schon gar nicht viel Katara benutzen müssen. Ja, Gegner. Ich liebe Gegner. Oh, aber nicht so viel auf einmal. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Komm her. In die Fresse. So, du bist weg. Es gibt nur einen, aber da bin ich. Wie kriegen sie Verheilung? Ich denke, hier kommt gleich ein Entgänger. Oh, nee. Das ist ja mal voll Bullshit. Renn. Ja. Ja. Und der ist voll einfach. Wenn man Taktik hat. Model Combat Style. So, jetzt ist hier überall was zum, ne? Dämlich, oder? Und ich kann ihn keine Häuser halten. Oh, hier sieht es so komisch aus. Ey. Okay. Werenker. Werenker. Eine. 12. Werenker. 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 Vielen Dank.